Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Duel Links Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein neues Tutorial, eine neue, in Anführungszeichen, Deck-Analyse. Aber dieses Mal möchten wir ein Anfänger-Beatdown-Deck erstellen. Ich habe mehrere Male auf YouTube gelesen, auch eine private Nachricht bekommen und im Chat auch oft genug gelesen, dass Leute immer noch nicht wissen, warum 20 Kartendecks besser sind als 30 Kartendecks, was für Karten benutzt werden, warum, weshalb, wieso man Beatdown-Decks spielt und was genau Beatdown-Decks sind und dass sie immer noch nicht wissen, wie man genau ein Deck in Yu-Gi-Oh! Duel Links baut. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Im ersten Teil dieses Videos, der jetzt kommt, werde ich erst darauf eingehen, wie man in Duel Links überhaupt ein Deck baut. Und dann im zweiten Teil des Videos möchte ich mit euch nach den Kriterien, die ich jetzt gleich aufliste, ein Beatdown-Deck bauen, das von keiner Fähigkeit abhängig ist. Also von keinem Charakter. Wollen wir gleich mal anfangen. Also, wie baut man ein Yu-Gi-Oh! Duel Links Deck? Das Wichtigste in einem Yu-Gi-Oh! Duel Links Deck ist, dass man 20 bis maximal 22 Karten in ein Deck packt. Ich will mit euch gar nicht lange um den heißen Brei reden. 20 bis 22 Karten sind so viel besser als 25 bis 30 Karten. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ihr eine höhere Chance habt, die Karte zu ziehen, die ihr braucht. Wenn ihr euer Deck relativ ausgeglichen erstellt, also 50-50 Monster, 50 Fallen-Slash-Zauberkarten erstellt, habt ihr dadurch die Möglichkeit, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit Monster- und Fallenkarten-Kombinationen oder Monster- und Zauberkarten-Kombinationen zu ziehen, die euch zum Win bringen. Gerade in Beatdown-Decks ist das ziemlich wichtig, da Beatdown-Decks meistens nicht extrem auf Kombos aufbauen, sondern einfach nur darauf aufbauen, den Gegner zu überrennen. So. In jedem Deck ist es sinnvoll, eine defensive Monster-Karte zu haben. Darunter zähle ich sowas wie Ladybug, also beziehungsweise Marienkäfer der Verdammung, oder Yomi-Schiff. Oder Yomi-Schiff im Deutschen, glaube ich. Das sind beides Karten, die in der verdeckten Verteidigungsposition gelegt werden und die durch ihre Effekte gegnerische Monster zerstören können. Und das sind meiner Meinung nach defensive Monster, die mindestens... Also eine davon sollte meiner Meinung nach in jedem Deck zur Verfügung stehen. Bei Zweien kommt es auf euren Playstyle an und wie euer Deck aufgebaut ist. Aber normalerweise ist eine Karte genug. Nicht mehr, nicht weniger. Noch eine weitere Regel. Habt ihr Kugel-Kuribo in eurem Deck, ist diese Karte kein Monster. Seht Kugel-Kuribo als eine Art Zauber- oder Fallenkarte an. Als eine defensive, magische Karte. Seht Kugel-Kuribo bitte nicht als Monster an. Dann haben wir natürlich immer unsere 9-10 Monster im Deck. Um ungefähr 50% des Decks auszufüllen mit Monstern, wie schon gesagt. Und... Guckt, dass ihr wirklich 9-10 Level-3, Level-4 Sterne Monster im Deck habt, die eure Aufgabe, die ihr haben wollt, erfüllen. Zum Beispiel im Beatdown-Deck möglichst starke Monster oder in manchen Effekt-Decks die Monster, die den Effekt haben, die ihr haben wollt. Falls ihr mit Tributmonstern spielen wollt, empfehle ich euch nur 5- oder 6-Sterne Tributmonster-Karten zu nehmen. Und davon auch, wenn überhaupt, nur eine. Und wenn ihr diese Karte ins Deck einfügt, dann nehmt diese Karte bitte als extra Monsterslot und verzichtet auf eine Zauber- oder Fallenkarte, anstatt auf ein 4- oder 3-Sterne-Monster zu verzichten. Wir wollen verhindern, dass ihr tote Hände zieht. Tote Hände sind Hände, die voller Zauber- oder Fallenkarten sind und letztendlich nicht benutzt werden können, weil euch die nötigen Monster zur Kombination fehlen. Wir wollen keine Seboros-Farm-Hände ziehen. Wir wollen keine komischen 3-fach-Mega-Fallen-Super-Karten auf dem Spielfeld haben, die wir nicht benutzen können, was auch immer ich da gerade gesagt habe. Sondern wir brauchen eine gewisse Balance im Deck, wie schon gesagt, um keine toten Hände zu ziehen. Euer Deck sollte ungefähr 6-8 Zauberkarten enthalten. Zauber sind Utility-Karten und aggressive Karten. Was ich mit Utility meine, ist einfach, dass Zauberkarten euch die Fähigkeit geben, irgendwas zu ändern. Sie sind eure Werkzeuge, die ihr benutzen müsst, um um den Gegner herumzuspielen. Und genauso solltet ihr sie auch verwenden. Siehe Order to Charge, also Befehl zum Sturmangriff. Ihr opfert eins eurer Monster und zerstört eins des Gegners. Somit könnt ihr um ein starkes Monster herumspielen. Benutzen wir Feindkontrolle. Es hört sich im ersten Moment defensiv an, weil wir das gegnerische Monster in den Verteidigungsmodus legen. Aber wir blocken dadurch ja nicht nur die Attack, nicht nur den Angriff, sondern wir haben dadurch auch die Möglichkeit, den Gegner anzugreifen, falls er ein schwächeres Monster auf dem Spielfeld hat, was stärker ein Attack war als unseres, aber defensiv schwächer ist als unseres. Wir haben da so Karten liegen wie, keine Ahnung, Wanda Balloons. Wir haben da so Karten liegen wie Schwerkraft-Extra, also Ausrüstungszauberkarten. Wir haben da aggressive Karten liegen wie Maske der Verfluchten. Klar, all diese Karten geben einem einen passiven Effekt, dadurch, dass das gegnerische Monster nicht angreifen kann. Gleichzeitig erhaltet ihr aber auch den aggressiven Effekt, Druck aufzubauen dank der 500 Punkte Life Points Schaden etc. Zauberkarten sind Aggressiv und Utility, merkt euch das. Den Rest des Decks solltet ihr ausfüllen mit Fallen. Das sind meistens 2-4 Fallenkarten. Fallen sind eher defensiv. Fallen solltet ihr benutzen, um am Leben zu bleiben, um eure Monster zu beschützen und um den Gegner zu outplayen. Da werden natürlich dann Fallen genommen wie Mirror Wall oder Metal Morph, also Metallwandler und all sowas, Verstärkungen. Defensive Karten, die es euch erlauben, genauso wie Windsturm zum Beispiel, eure Monster am Leben zu halten, während ihr den Gegner outplayt. Die ihr auch meistens nur in defensiven Situationen benutzen werdet, da man Fallenkarten zu 80% nur während der Battle Phase bzw. während des Damage Steps aktiviert. Natürlich solltet ihr auch jederzeit eure Monster an die Fähigkeit eures Charakters anpassen. Wenn ihr zum Beispiel mit Yami Yugi spielt und Macht der Finsternis habt, somit Yami auf dem Spielfeld habt als Spielfeldzauberbonus, ist es natürlich klug, mehr Hexer- oder Unterweltlein-Stack zu packen, die letztendlich stärker oder genauso stark wie andere Beatdown-Monster sind. Allerdings sollte man sich auch nicht nur pur auf den Spielfeldzauber verlassen, weil wenn dieser zerstört wird, habt ihr das Problem, dass eure Monster grundsätzlich schwächer sind. So, jetzt, da wir wissen, wie man ein Deck aufbaut, wie ungefähr der grobe Aufbau eines Decks ist, was natürlich jederzeit, das muss ich noch dabei sagen, variieren kann, je nachdem, was für ein Deck ihr spielt, wird sich natürlich die Anzahl der Zauberfallen und Monsterkarten ein bisschen variieren, aber der Hauptaufbau jedes Decks ist ungefähr der gleiche. Und eine Sache noch, bevor wir jetzt rüber zum Deck-Building springen, ihr solltet euch pro Deck immer nur auf eine Kombo konzentrieren. Ich weiß, im Anime, in den Original-Karten, die man sich damals als Booster-Starter-Karten gekauft hat, etc., war immer eine Karte für jede Situation drin, aber wir spielen hier Duel Links. Duel Links hat ein Speed-Duel-Format mit drei Monstern, drei Fallenkartenzonen und nur 4000 Life-Points. Das Spiel ist darauf ausgelegt, schnell und brutal zu spielen, beziehungsweise sich schnell von der Backe zu spielen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr wollt einfach so schnell wie möglich eure mächtigste Kombo aus dem Deck ziehen und damit den Gegner überlaufen. Kommen wir jetzt zum Deck-Building-Part. Fürs Deck-Building habe ich mir einen Charakter schon freigemacht, und zwar Bandit Keith. Wir springen direkt mal hier in den Deck-Editor. Unter Bandit Keith habe ich den Deck freigemacht hier, das auch schon Anfänger-Beatdown-Deck heißt, und ich möchte euch jetzt hier erstmal erklären, wie man ungefähr ein Beatdown-Deck erstellt. Ganz kurz nochmal vorher, Beatdown-Deck, was ist ein Beatdown-Deck? Ein Beatdown-Deck basiert darauf, die stärksten Monster, die man hat, ins Spiel zu bringen, also aufs Spielfeld zu bringen, und damit die gegnerischen Monster zu zerstören. Die werden dabei unterstützt durch eure Zauber- und Fallenkarten, und ihr braucht keine anderen Karten ins Deck nehmen, wie zum Beispiel Lebensregeneration durch den verzauberten Speer, oder durch die Medizin oder was auch immer, oder hier durch dieses Kobolds letzte Rettung, sowas braucht ihr nicht im Beatdown-Deck. Euer Beatdown-Deck braucht kein Sustainability. Ihr greift einfach an, und wenn ihr das Spielfeld gewinnt, wenn ihr das gegnerische Spielfeld leerräumt, gewinnt ihr automatisch auch den Life-Point-Kampf. Heißt, wenn ihr dominiert auf dem Spielfeld, dominiert ihr auch die Lebenspunkte und könnt das Spiel gewinnen. Und nachdem wir das wissen, kann ich euch auch sagen, dass wir keinen Direct-Damage brauchen. AKA, einstecken und austeilen, Hinutama, solche Karten werden wir nicht brauchen in einem Beatdown-Deck. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Monster den Gegner dominieren. Wir beaten ihn down, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist genauso wie beim Straßenkampf, der Stärkere gewinnt. So, dann machen wir hier mal den Monster-Slot auf und filtern unsere Monster nach Stufe 3 und Stufe 4, da da bekanntlich die stärksten Monster der momentanen Meta drin sind. Klicken auf Filtern und sortieren unsere Karten anstatt nach neueste, nach ATK hoch, zu niedrig. Können das hier auch wegmachen, wenn es uns stört. Zack. Und haben jetzt hier alle unsere Monster-Karten, die uns zur Verfügung stehen. Wie gesagt, das ist ein Tutorial für die Anfänger unter euch, unter anderem ein Anfänger-Beatdown-Deck. Das heißt, ich werde jetzt hier Karten verwenden, die viele von euch haben, beziehungsweise die nicht super-rare sind oder ultra-rare sind. Jeder von euch, der bessere Karten hat als die, die ich jetzt verwende, kann diese selbstverständlich ins Deck nehmen, solange ihr die gleiche Anzahl an Karten, die wir eben besprochen haben, beibehaltet. So, dann wollen wir doch mal sehen. Ich lasse jetzt einfach mal die super-rares und ultra-rares aus und fange einfach mal mit anderen Karten an. Zum Beispiel Diagrapha, der Krieger. Der kommt aus Flame of the Tyrant, aus dem Feuerpack, hat 1700 Attack und 1600 Defense und ist ein 4-Sterne-Monster und somit eine total gute Wahl für ein Beatdown-Deck. Einmal hinzugefügt. Neomagischer Schwertkämpfer, Hexerkarte, eventuell mit Yami-Yugi noch besser, aber wir gehen jetzt gerade nur vom Beatdown aus, ohne auf Fähigkeiten Rücksicht zu nehmen. Und somit hätten wir ein 1700er, potenziell 1900 Attacker und 1000 Defense. Auch kein schlechtes Monster. Und diese Karte wird jeder von euch bekommen haben, wenn ihr innerhalb der letzten Tage eingeloggt wart, weil es diese Karte zum 33 Millionen Downloads Event gab. Zack. Schallente ist auch nur eine Rare-Karte aus dem neuesten Pack. Wird vielleicht nicht jeder haben, aber ihr habt bestimmt auch alternativ noch andere Karten, wie zum Beispiel Soldatenbohnenmann etc. Demnach könnt ihr auch diese Karte mit 1700 Attack eurem Deck hinzufügen. So. Dann können wir jetzt hier noch weiter gucken. Was haben wir noch? Wir haben Karten wie zum Beispiel Zwillingslaufdrache. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, Zwillingslaufdrache ist eine Ultraware-Karte. Aber Zwillingslaufdrache ist eigentlich relativ simpel im Shop zu erhalten. Beim Kartenhändler besser gesagt. Bei dem Typen, bei dem ihr euer Gold eintauschen könnt. Und wenn ihr das Spiel schon ein bisschen länger spielt und eure Karten am Farm seid oder einen Charakter auf Level 31 gelevelt habt, werdet ihr auf jeden Fall genug Gold haben, um Zwillingslaufdrachen zu kaufen. Beziehungsweise einen davon. Demnach packe ich einfach mal einen ins Deck rein. Kann nicht schaden. Heidchen-Stands-Kre ist ein Non-Rare-Monster. Ein totales Crap-Monster eigentlich. Aber so scheiße ist es gar nicht, wie ihr denkt. Es hat 1650 ATK und es hat 1600 DEV. Keine schlechte Karte. Kann also auch, wenn sie in den Verteidigungsmodus gelegt wird, mit anderen Fallenkarten in Kombination den gegnerischen Angriff locker überstehen. Demnach packe ich diese Karte zweimal ins Deck, weil sie Potenzial hat. Und mit Yami-Yugi zusammen, falls ihr immer noch mit Yami-Yugi spielen solltet, ist diese Karte als Unterweltler auch euer bester Freund, da ihr 1850 ATK und 1800 DEV habt. Jetzt könnt ihr natürlich noch selbst entscheiden und variieren, was ihr machen wollt. Wir haben schon sechs Monster im Deck. Ihr könnt ja zum Beispiel sowas wie Beschwörer der Waffenkammer hinzufügen und diese Karte im verdeckten Verteidigungsmodus spielen, um den Flip-Effekt, wenn der Gegner angreift, oder den Flip-Effekt zu aktivieren, indem ihr die Karte im darauffolgenden Zug selbst in den Angriffsmodus flippt. Wenn ihr diese Karte spielt, könnt ihr dann nebenbei passiv natürlich auch noch Wächter des Thronsalz zum Beispiel mitnehmen, weil diese Karte ein Wächtermonster ist und ihr diese durch den Effekt vom Beschwörer der Waffenkammer auf die Hand kriegen würdet. Das gibt euch indirekt Draw-Power, weil ihr euer Deck leerer, also authint. Ihr sorgt dafür, dass ihr mehr Karten auf die Hand kriegt. Das gibt euch automatischen Monster auf die Hand, sodass ihr euch beim nächsten Spielzug keine Sorgen darum machen müsst, eventuell kein Monster zu ziehen. Und wie gesagt, euer Deck wird dünner, somit kommt ihr eher an eure Strategie ran. Wenn ihr mit Yami-Yugi spielen solltet, ist diese Hexerkarte demnach noch gebufft und noch stärker mit 1800 auf beiden Stats und somit Viable. Wenn ihr Höllenwesen-Puppe spielen wollt, was ich euch nicht wirklich empfehlen würde, da sie nur eine Standard-Vanilla-1600er-Karte ist als 4 Sterne, könnt ihr das auch machen, aber nur, wenn ihr in Kombination mit Yami-Yugi spielt und Yami auf dem Spielfeld habt, meiner Meinung nach. So, dann wollen wir nochmal auf andere Beatdown-Karten eingehen, die wir hier unten haben und überlegen, was wir noch zu unserem Deck hinzufügen können. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, falls ihr ohne eine bestimmte Fähigkeit spielen wollt, was wir ja gerade hier tun, nimmt Naturia-Erdbeere mit. Oder eventuell auch Naturia-Wächter. Aber ich persönlich bevorzuge Naturia-Erdbeere. Diese Karte bekommt 100 ATK für jede Stufe, die das gegnerische, beschworene Monster hat. Das heißt, diese Karte lässt euch indirekt eine Runde stallen. Wenn ihr dran seid und zum Beispiel im ersten Zug dran seid und ihr spielt Naturia-Erdbeere im Angriffsmodus und euer Gegner spielt daraufhin ein Monster, im Angriffsmodus wird ihr euch nicht angreifen können. Jedes Monster, was über 1600 Punkte kommt, ist mindestens ein 3-Sterne-Monster. Und das würde Naturia-Erdbeere somit mindestens 300 ATK geben. Somit würde Naturia-Erdbeere bis zum Ende des Spielzugs mindestens 1900 ATK haben. Und das würde bedeuten, dass der Gegner kein Monster hat. Es gibt kein 3- oder 4-Sterne-Monster, was über 1900 ATK drüber kommt. Es sei denn, er rüstet es mit einer Zauberkarte aus. Und wenn er das tut, dann habt ihr zwei Karten gegen eine getauscht. Also fügen wir mal eine Naturia-Erdbeere hinzu. Ihr könntet alternativ dazu natürlich auch, genauso wie mit der Kombo mit dem Beschwörer der Waffenkammer und dem Wächter des Thronsatz, könntet ihr natürlich genauso gut auch eure Maschinenkönig-Prototypen spielen, der durch jede Maschinenkarte auf eurem Spielfeld nochmal 100 ATK bekommt. Und ihr könntet dann so Karten dazunehmen, wie zum Beispiel Overdrive. Auch eine ziemlich starke, standardmäßige Maschinenkarte, die ihr aufs Spielfeld legen könnt, um euren Maschinenkönig-Prototypen weiterhin zu buffen. Auch eine sehr viable Kombo. Beides sind auch nur Rare-Karten, genauso wie Naturia-Erdbeere und Naturia-Wächter. Auch beides nur Rare-Karten sind. Und wenn ich mich nicht täusche, funktioniert auch der Effekt von Naturia-Wächter in Kombination mit dem Effekt von Beschwörer der Waffenkammer. Von daher könnt ihr da auch nochmal variieren, je nachdem, welche Karten ihr habt. Natürlich gibt es auch noch andere viable Karten, die ihr in euer Deck nehmen könnt, aber die sind natürlich alle ein bisschen seltener. Ihr könnt früher oder später eure ganzen Karten, die ihr hier oben habt, gegen eure besseren Karten ersetzen, wie zum Beispiel Dynamis Finstere Hexe oder auch Jerry Soldaten-Bohnenmann, da diese Karten mega stark sind. Und alternativ könnt ihr natürlich auch jederzeit einen Axtreiber ins Deck packen, falls ihr die Karte braucht und nichts anderes habt, aber die Ultra-Ration freigeschaltet habt aus dem Pack. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit anderen Karten. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich Naturia-Erdbeere rausnehmen und die Peitschenschwanz-Krähe rausnehmen und für meine Verhältnisse Dynamis einmal reinpacken und zweimal meinen Jerry Soldaten-Bohnenmann, da ich selbst noch nicht viel bessere Karten habe und da die aber definitiv besser sind als das, was wir bis jetzt drin haben. So, dann wollen wir das Deck jetzt aber mal fertigstellen. Genug gequatscht. Ich packe jetzt einfach noch mal ein paar Monster rein, die ich denke, die ja gut reinpassen würden. Und ich nehme jetzt einfach mal mit, äh, keine Ahnung, Maschinenkönig und... Einmal Overdrive. Was soll der Geiz? Ja, so mache ich es einfach mal. Ihr könnt es immer noch variieren, je nachdem, welche Karten ihr habt. Ist ja ganz klar. Für meine 10. Monster-Karte nehme ich jetzt, wie gesagt, eine defensive Monster-Karte mit. Entweder also 4-sterniger Marienkäfer oder Yomi-Ship. Dann wollen wir doch mal sehen, wo unsere Yomi-Ship-Karte ist. Da haben wir unser Yomi-Ship. Momentan, in der momentanen Meter empfehle ich euch aber eher den 4-sternigen Marienkäfer. Ich weiß, beides sind Super-Rare-Karten, aber eine davon werdet ihr auf jeden Fall früher oder später bekommen. Demnach fügt diese Karte eurem Deck hinzu. Zack. Ähm, der 4-sternige Marienkäfer ist derzeit mehr in der Meter aufgrund der Tatsache, dass es viele Weevil-Decks gibt und Weevil darauf basiert, euch Parasiten ins Deck zu mischen und euch die ziehen zu lassen. Falls ihr die Zauberkarte spielt, ja, die Insekteflöte, mit der ihr einen Insekt aus eurem Deck ziehen müsst, könnt ihr den Parasiten entkommen, indem ihr euren 4-sternigen Marienkäfer der Verdammung aus eurem Deck zieht. Außerdem gibt euch diese Karte die Möglichkeit, alle Stufe 4-Monster auf dem Spielfeld zu zerstören. Und momentan sind mehr Monster der Stufe 4 unterwegs als der Stufe 3 aufgrund der Tatsache, da die Stufe 4-Monster grundsätzlich stärker sind, eigentlich grundsätzlich stärker sind als die Stufe 3-Monster und da viele Leute zurzeit Angst vor der besessenen Seele haben. Die besessene Seele ist eine Zauberkarte, äh, Zauberkarte sage ich schon, eine Monsterkarte, die ein Stufe 3-Monster übernehmen kann, wenn man sie dafür opfert. Und viele Spieler haben deswegen momentan Schiss, mit Jerry Beansman und Sonic Bird zu spielen, aufgrund der Tatsache, weil sie ihre Monster nicht verlieren wollen. Hier ist die Karte, besessene dunkle Seele. Du kannst eine offene Karte als Tribut anbieten, diese offene Karte als Tribut anbieten, übernehme die Kontrolle über alle offenen Monsterstufe 3 oder niedriger, die der Gegner derzeit kontrolliert. Also eine mega starke Karte zum Counter-Plane. Nicht sonderlich gut für ein Beatdown-Deck, weil diese Karte keine hohen Base-Stats hat und es ist auch, wie gesagt, davon abhängig, ob der Gegner viele Sternen-3-Monster spielt oder nicht. Und da man das zurzeit nicht vorhersehen kann, ob der Gegner viele Stufe 3-Monster hat oder nicht, ist diese Karte High Risk, High Reward. Kann sich lohnen, kann aber auch total nach hinten losgehen. Ich würde die Karte momentan nicht empfehlen, vor allen Dingen nicht im Beatdown. So, nachdem wir jetzt unsere Monster-Karten haben, gehen wir aus dem Monster-Filter raus, löschen unseren Filter raus, zack, und hier gehe ich für mich, persönliche Präferenz, wieder zurück nach Neueste, weil ich das besser so gewohnt bin und klicke auf Zauber. Jetzt wollen wir sechs bis acht Zauberkarten unserem Deck hinzufügen, die einem Beatdown-Deck strategisch helfen würden. Das allererste, was wir unserem Deck hinzufügen, ist etwas, um mit den gegnerischen Spielfeld-Zauberkarten klarzukommen. Unsere Monster hier im Deck sind nicht die stärksten Monster und selbst wenn es die besten Monster im Spiel wären, hätten sie Probleme, über manche Monster hinwegzukommen, die einen Spielfeld-Zauber-Bonus bekommen. Wir reden gerade von Rex Rector-Decks mit Dino, also Jurassic World, und wir reden gerade über Mako Tsunami-Decks zum Beispiel mit, ähm, wie heißt das, Yumi auf dem Spielfeld, mit den Wasserkarten und oder aber auch Yami-Yugi mit Yami auf dem Spielfeld und Hexer und Unterweltler. Das heißt, das erste, was wir mitnehmen, ist Fluchzerstörer. Das lässt uns nicht nur eine Spielfeld-Zauberkarte zerstören, sondern auch eventuell eine permanente Zauberkarte wie zum Beispiel Maske der Verfluchten, die euch Druck macht, brennendes Land, was euch Druck macht und viele andere permanente Zauberkarten, die ihr quitt werden wollt. Könnt ihr natürlich jederzeit später austauschen, wenn ihr das haben solltet, gegen Twister. Twister kostet euch zwar 500 Lebenspunkte, aber Twister lässt euch nicht nur eine Zauberkarte zerstören, sondern auch eine Fallenkarte und Twister ist ein Quick-Play-Spell. Das heißt, ihr könnt die Karte auch während des Spielzugs eures Gegners aktivieren, falls ihr da schnell reagieren müsst auf eine permanente Zauber- oder Fallenkarte. So. Textsuche löschen. Zack. Wollen wir mal weiter gucken, was wir hier noch brauchen können. Erstmal nach unten gehen. Ich glaube, die meisten Karten, die ich momentan brauche, sind unten. So. Dann haben wir zum Beispiel hier Blockangriff. Ihr könnt Blockangriff liebend gerne in euer Deck reinpacken. Einmal, zack. Das erlaubt euch, ein gegnerisches Monster von der Angriffsposition in die Verteidigungsposition zu legen. Und die meisten Monster momentan im Spiel sind einfach schwächer in Defense als in Attack. Und wenn ihr das gegnerische Monster nicht übertrumpfen könnt, wenn es im Angriffsmodus liegt, habt ihr hiermit die Möglichkeit, das gegnerische Monster, wie schon gesagt, in die Verteidigungsposition zu legen und dann zu vernichten. Diese Karte könnt ihr später natürlich jederzeit austauschen gegen Enemy Controller beziehungsweise Feindkontrolle und ja, es gibt halt eine Menge Karten, die früher oder später abgelöst werden. Wenn ich mir jetzt hier so unser Deck angucke, sehe ich, dass wir die Hälfte unserer Karten, sogar mehr als die Hälfte unserer Monsterkarten, als Non-Effekt-Monster haben. Ich hoffe einfach mal, dass jeder von euch mindestens einen Befehl zum Sturmangriff hat. Wenn nicht, könnt ihr diese Karte gegen eine x-beliebige andere Zauberkarte ersetzen, die eure Monster supporten. Ich werde euch jetzt aber empfehlen, diese eine super rare ins Deck zu nehmen, da sie mega gut ist und ich habe sie auch einmal schon seitdem das Spiel rausgekommen ist und seitdem nie wieder gezogen. Von daher, nehmt einmal Order to Charge mit, synergiert mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten in eurem Deck und ihr könnt ein gegnerisches, stärkeres Monster somit instant zerstören. Denkt daran, Order to Charge funktioniert nur mit Vanillamonstern, aka Non-Effekt-Monstern. Das heißt, die oberen vier Monster könnt ihr dafür nicht benutzen. Den Fehler habe ich am Anfang sehr oft gemacht. So, jetzt wollen wir doch unsere Monster noch ein bisschen verstärken irgendwie. Wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Monster verstärken? Wir können mehrere Verstärkungszauberkarten mitnehmen. Zum Ersten können wir mitnehmen Banner des Mutes. Die werden wir auf jeden Fall jetzt einmal in Stack packen, zack, die erhöht während eurer Battle-Phase die Attack alle eurer Monster und 200 Punkte. 200 Punkte kann eigentlich alles sein oder nichts. Wenn ihr ein Monster habt mit, sage ich mal, 1650 ATK auf eurem Spielfeld oder 1700 ATK auf eurem Spielfeld und ihr den Bonus von 200 Punkten kriegt, kann das wortwörtlich darüber entscheiden, ob ihr bei den Gegner darüber hinwegkommt oder nicht, da die meisten gegnerischen Karten auch ungefähr auf eurer Attack-Höhe sind. Ich empfehle euch, des Weiteren mindestens eine Verstärkungszauberkarte reinzunehmen. Ihr könnt Graal-Schwerkraft-Achse nehmen, ihr könnt den gegnerischen Debuff nehmen mit Zerl-Stern-Schnuppenbogen, ihr könnt den schwarzen Anhänger nehmen, ihr könnt Basu nehmen oder wie das Ding heißt, dieses Flammenbergeschwert oder wie das Ding auch immer heißt. Wie ihr möchtet, hauptsache ihr nehmt eine Ausrüstungszauberkarte mit, die eure ATK um 500 erhöht oder den Gegner um 1000 senkt. Also ich packe jetzt für unsere Verhältnisse gerade mal eine Schwerkraft-Achse ins Deck, weil sie noch einen schönen Nebeneffekt hat, dass die gegnerischen Monster keine Positionen wechseln können, was sehr nice gegen Flip-Effekt-Monster-Decks ist, weil diese nicht vom Verteidigungsmodus in den Angriffsmodus switchen können, es sei denn, ihr greift ihn an. So, hier ist ne Alternative für ne Ausrüstungskarte, schwarzer Anhänger, aber ist ne Ultra-Ware, demnach seltener zu bekommen. Fügt dem Gegner aber auch noch 500 Punkte Schaden zu, wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, nachdem euer Monster zerstört wird, etc. Demnach nicht schlecht. Ihr könnt, aber müsst nicht, ihr könnt, wenn ihr sie haben solltet, eine Scherbe der Geer in den Stacks spielen, da Draw-Power immer gut ist und umso mehr Kombos ihr auf der Hand habt und starken Monstern und Verstärkungskarten, umso besser ist es für euch. Ich füge jetzt eine super rare Scherbe der Geer hinzu, ähm, ihr könnt ja natürlich aber auch noch jederzeit gegen andere Zauberkarten austauschen. Hier hätten wir noch zum Beispiel eins der, eins der, äh, eine der Karten, die ich empfehlen würde als Ausrüstungszauberkarten, unter anderem, für Atletivliegenden, äh, puh, haben wir hier noch eine andere Karte, die mir gerade spontan ist? Jetzt hier gerade spontan nicht, okay, gut, des Weiteren empfehle ich euch Riri Yuku ins Deck zu nehmen und die Leute von euch, die jetzt sagen werden, das ist eine Ultra-Ware-Karte, die kann ich auf gar keinen Fall bekommen, Riri Yuku kommt aus dem Kartenhändler. Der Kartenhändler ist eine Sache an sich, ich weiß, aber jeder, der das Spiel ein bisschen länger spielt, wird mindestens einen Charakter auf Level 31 gelevelt haben. Charaktere in diesem Spiel hochzuleveln ist echt nicht schwer und sie geben euch praktisch Karten for free. Deswegen haben wir auch unseren Doppellaufdrachen hier am Deck, beziehungsweise unseren Zwillingslaufdrachen im Deck. Den könnt ihr euch auch nur für Gold kaufen. Genau das gleiche ist auch mit Riri Yuku. Klar, ihr braucht die Ultra-Rare, äh, Juwelen, aber die werdet ihr früher oder später schon kriegen. Und wenn ihr nur einen Charakter auf Level 31 levelt, bekommt ihr, äh, so viel Gold, dass ihr euch davon auf jeden Fall eine Riri Yuku Safe kaufen könnt. Und diese Karte ist Gold wert. Ihr könnt damit mega viel Schaden anrichten, ihr könnt damit über ein sehr starkes, gegnerisches Monster hinwegkommen und ihr könnt mit dieser schönen Karte über Mirror Wall hinweg angreifen, falls eure Monster ungefähr gleich stark sind. So, hier ist die andere Ausrüstungszauberkarte, die ich euch empfehlen würde. Sehr alt Sternschnuppenbogen, aber da wir jetzt schon, ähm, genug Zauberkarten im Deck haben, sechs Stück, wie ihr seht, äh, gar nicht wahr, sogar mehr, wir haben sieben Zauberkarten im Deck, wie ihr sehen könnt, wenn wir jetzt übergehen zu einer weiteren Kategorie und Richtung Fallenkarten marschieren. Ich hab ja gesagt, zwei bis vier Fallenkarten in jedem Deck sind angebracht und jetzt kommen Fallenkarten, die sich jeder leisten kann von euch. Ihr könnt zum Beispiel Fallenfalle ins Deck nehmen. Der Gegner spielt Goldener Apfel, der Gegner spielt Armschild, der Gegner spielt Verstärken, der Gegner spielt Mirror Wall, also, ähm, Spiegelwand, der Gegner spielt, keine Ahnung, äh, Michisure. Ihr könnt alles counter mit Fallenfalle, wenn ihr diese Karte vorher Einzugverdeck gespielt habt. Und sie ist nur eine Rare-Karte. Ich hab davon gerade sechs Stück hier, wie ihr sehen könnt, und ich hatte davon schon über 15 Stück. Also, von daher, alles ist gut. Die kriegt ihr auf jeden Fall, die Karte. Des Weiteren kann ich euch empfehlen, falls ihr so Karten wie Mirror Wall noch nicht leisten könnt, oder falls ihr euch so Karten wie Michisure noch nicht geholt habt, nehmt Metal Morph mit. Das gilt auch für Verstärkungen. Metal Morph ist eine schwache Verstärkungenkarte. Nur, dass diese Karte nicht nur ATK, sondern auch DEV hochzieht und somit eure Monsterkarten retten könnt. Es sind zwar nur 300 Punkte und 300 Punkte mögen nicht viel sein, aber genauso wie beim Banner des Mutes schon gesagt, können 2 bis 300 Punkte über euer Monster entscheiden und dadurch auch über eure Lebenspunkte entscheiden. Und diese Karte kann eure Monster retten. Es gibt natürlich auch noch jede Menge andere gute Fallenkarten, aber diese Karte ist easy zu bekommen. Ja, es steht super rare dran, aber ihr müsst nichts anderes tun als Bandit Keith hochleveln. Schaltet Bandit Keith frei, levelt ihn hoch. Ich glaube, 25 ist es, wenn ihr diese Karte bekommen solltet. Und es ist echt nicht schwer, einen Charakter bis 25 zu leveln. Einen Charakter bis 25 zu leveln, nur mit Standard-Duel landen, schafft ihr locker innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Und es ist eine Free Super Rare Karte, die euch daraufhin auf dem nächsten Zug auch noch den Bonus gibt, dass ihr die Hälfte des gegnerischen Monsters Attacks auch noch eurem eigenen Monster dann beim Angriff hinzufügen könnt, um Bonus-Schaden zu machen. Perfekt für Beatdown-Decks, da ihr damit mehr Damage und Druck aufbauen könnt. So, jetzt fehlt uns noch eine Karte im Deck und ich will noch eine andere defensive Fallenkarte im Deck haben. Und ich entscheide mich für Windsturm von Etacqua. Diese Karte ändert alle Positionen der gegnerischen Monster. Heißt, ihr werdet angegriffen, ihr aktiviert die Karte und die gegnerischen Monster wechseln in die Position. Ihr könnt eure Monster damit retten und ihr könnt damit den Gegner forßen, starke Verteidigungsmonster in den Angriffsmodus zu spielen und starke Angriffsmonstern in die Verteidigungsposition zu legen, sodass ihr sie darauf zerstören könnt. Ihr könnt die Karte in der gegnerischen und natürlich auch in eurer eigenen Phase bzw. Spielzug aktivieren und habt damit die Möglichkeit, euren Gegner hard to outplayen. Diese Karte nehme ich auch ins Deck, sie ist nur eine Rare und ihr bekommt sie, indem ihr My Valentine auf Level 25 levelt und das ist wie gesagt auch wie bei Bandit Keith kein Aufwand. Und all diese Karten, die ihr jetzt hier im Deck seht, würden für ein Anfänger Beatdown Deck logischerweise wunderbar funktionieren. Ich kann euch sagen, wenn ich jetzt neu anfangen würde mit einem neuen Spielstand und ich all diese Karten hier neu farmen müsste, würde ich euch sagen, in einer Woche habe ich das Deck so wie es jetzt hier steht perfekt, komplett. Ohne groß Aufwand zu schieben. Ich meine, ich spiele das Spiel sowieso relativ aktiv und relativ viel, aber ich kann euch sagen, jeder von euch kann dieses Deck hier, wie es hier ist, in einer Woche erstellen, ohne großen Aufwand zu betreiben. Ihr müsst nur ein, zweimal am Tag euch einloggen und eure Standard-Duellanten wegmachen, etc. Vielleicht auch ein bisschen hier und da aktiv spielen, ein paar legendäre Duellanten farmen. Auch wenn ihr gegen den Vagabunden verliert, gibt das eine Menge XP. Haltet den Vagabunden auf Cooldown. Tauscht am besten auch den Vagabunden mit Freunden aus, die sehr oft online sind. Sprecht mit euren Freunden, schreibt mit denen im Chat, sagt denen, ey, schickt mir die Vagabunden oder addet Leute aus dem Chat, die euch Vagabunden schicken wollen und schickt denen die Vagabunden auch zurück. Helft euch ein bisschen gegenseitig. Der Vagabund gibt mega viel XP. Haltet einfach eure Sachen, die spawnen, auf Cooldown beziehungsweise verschwendet keine Zeit. Außer natürlich, ihr müsst arbeiten oder schlafen. Dann müsst ihr halt so lange aussetzen, bis ihr wieder spielen könnt. Ist ja logisch. So. Wie gesagt, die meisten Karten aus diesem Deck sind austauschbar. Ihr könnt Metalmorph gegen Verstärkungen austauschen, gegen Michisura austauschen. Ihr könnt Fallenfalle austauschen gegen Windsturm. Ach, was laber ich? Gegen Mirrorwall, Entschuldigung. Ihr könnt es austauschen gegen andere Karten, die gut sind. Verzauberter Sperr-ATC, sowas braucht ihr nicht im Deck. Viable Fallenkarten ansonsten werden vielleicht noch Tributexplosion, Michisura, wie schon gesagt, Mirrorwall, wie schon gesagt, vielleicht Klebefallgrube, wobei ich da momentan keinen großen Nutzen für sehe. Je nachdem, was für ein Deck ihr spielt, mit welcher Kombination an Karten ihr spielt, sind natürlich auch andere Fallenkarten Viable. Da müsst ihr euch einfach mal selbst Gedanken drüber machen, aber versucht die Decks ungefähr so beizubehalten. Zwei bis vier Fallen, sechs bis acht Zauber, neun bis zehn Monster, ein Tributmonster setzt eine Zauber- oder Fallenkarte, Kugelkuribor setzt eine Zauber- oder Fallenkarte und eins der Monster muss immer defensiv sein. Das Deck speicher ich jetzt einfach mal ab, zack, und somit hätten wir einen Anfänger-Beatdown-Deck erstellt. Alle Karten sind hier oben auch wie gesagt austauschbar, je nachdem, was ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel dreimal Sonic Bird habt, also beziehungsweise Sonic Bird sage ich schon, Schallente habt, tut mir leid, könnt ihr die natürlich auch dreimal ins Deck nehmen, anstatt zum Beispiel die zwei Peitschenschwanzkrähen und alles kann sich natürlich ein bisschen variieren, aber versucht ungefähr so auf diesem Standard hier zu bleiben und ihr werdet good to go sein. Also Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst einen Like da, einen Daumen nach oben und lasst mir einen Kommentar, sagt mir, ob euch dieses Video geholfen hat und sagt mir, ob ihr hiermit climbten konntet. Ich wette mit diesem Deck, es ist kein super starkes, der kommt ja mindestens bis Gold 3 oder bis Gold 4 auf jeden Fall in den Gold-Ränge rein. Damit bekommt ihr natürlich auch wiederum mehr Gems jedes Season, könnt die standardmäßigen Duellanten besser besiegen, könnt eure legendären Duellanten besser besiegen, habt ihr eventuell mit einem PvP-ähnlichen Deck wie diesem hier auch eine Chance gegen den Vagabunden und ihr könnt hiermit die ersten Schritte dahin machen, um mehr Gems zu farmen, um damit mehr Karten zu farmen. Teilt das Video mit euren Freunden, damit ich auch euren Freunden helfen kann und damit dieser Kanal hier ein bisschen wachsen kann. Ich arbeite, wie gesagt, regelmäßig daran, neue Deck-Tutorials und oder auch neue Gameplays für euch rauszuballern. Und noch eine kleine Anmerkung, die ich euch sagen möchte, da ist mein Twitter. Falls ihr noch eine Frage habt oder falls ihr auf dem neuesten Stand bleiben möchtet, addet mich auf Twitter. Ich habe mir jetzt extra einen Twitter-Account erstellt, weil mehrere Leute gefragt haben, hey Gimp, wie können wir mit dir in Kontakt bleiben? Über YouTube ist das kompliziert. Nicht jeder weiß auch heutzutage, wie man eine PM auf YouTube schreibt, da dieses System zehnmal umgeändert worden ist in den letzten Jahren. Und die Funktion für PM einfach so versteckt worden ist in den YouTube-Einstellungen, dass man das kaum findet, wenn man nicht weiß, wie man zu suchen hat. Addet mich auf Twitter. Ich bin eigentlich nicht der Social-Media-Mensch, aber ich habe mir extra ein Twitter und ein Facebook erstellt für den YouTube-Kanal, um mit euch zu kommunizieren, weil nicht immer alles durch die Comments geklärt werden kann. Ja, bei Fragen, etc. Und für Updates auf Twitter einfach nachschauen beziehungsweise mir folgen oder mich anschreiben, whatever. Gestern kam zum Beispiel kein Video, weil ich die ganze Zeit unter anderem an diesem Video hier mitgearbeitet habe, weil dieses Video aufwendiger zu machen war. Seht ihr anhand der Länge des Videos und wie viel Arbeit ich reingesteckt habe. Und solche Informationen könnt ihr einfach auf meinem Twitter-Account in Zukunft finden. Ansonsten, Leute, abonniert, damit ihr keinen zukünftigen Content mehr verpasst und keine zukünftige Yu-Gi-Oh!-Folge mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen super tollen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.